Kiss or Slap Challenge, wer ist bei mir, also bei uns? Khaled Wie alt bist du? 25 Und wo kommst du her? Aus Tunesien Aus Tunesien, weite Reise Wir spielen Kiss or Slap Giuliano fängt an Kiss or Slap Kiss Kiss or Slap Kiss Süß Wieder, wieder Punkte Ich würd sagen, kommt alle zum CSD Köln Dann erfahrt ihr auch alle Liebe, ne? Ja